Jetzt im Live-Webinar hier im edukativen Bereich mit Tickmill ein Thema, ich habe es genannt, der Trump-Indikator Vorteile im Trading. Trump bringt die Märkte in letzter Zeit öfter mal ordentlich in Wallung, in beide Richtungen sozusagen und das bringt uns Händler natürlich immer wieder in Situationen, wo wir auf der einen Seite, wenn wir cool und gelassen agieren, die großen Chancen nutzen können, auf der anderen Seite weiß ich es, es gibt auch immer wieder Händler, die in solchen Phasen mit der ein oder anderen Herausforderung umzugehen haben. Das heißt, wir gucken heute mal auf ein paar psychologische Kniffe, wie wir solche schwankungsbreiten Phasen wie jetzt gerade auch im kurzfristigen Handelsbereich gut und gerne zu unserem Vorteil mit nutzen können. Wie immer vorab der Risikohinweis an dieser Stelle, bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Worum geht es denn heute? Wenn wir mal eben kurz in die Charts hier reinschauen, wir haben Tage mit äußerst hoher Volatilität im Moment immer wieder da und da geht es darum, was machen wir denn als Händler an den richtigen Stellen? Wo positionieren wir uns, dass wir hier mit hoher Wahrscheinlichkeit die gute und richtige Richtung auch erwarten? Garantien gibt es ja nie, aber unsere Psychologie spielt uns halt immer gerne mal ein Schnippchen und das sind die Punkte, wo wir jetzt einfach hier im Webinar mal mit drauf eingehen. Das heißt, wir sprechen zum einen, wie sieht es real im Trading aus? Was passiert in solchen Momenten, wenn der Markt einfach mal massiv in die ein oder andere Richtung läuft? Die Emotionen als Erfolgswerkzeug, wir können, wenn wir unsere Emotionen kennen, die zu unserem Vorteil einsetzen. Und in diesem Bereich kann man auch immens viel daraus lernen. Also gerade diejenigen, die mit solchen Phasen nicht so gut zurechtkommen, noch nicht, sage ich an dieser Stelle, sie können alles lernen. Ein wichtiger Punkt dafür ist, dass sie verstehen, wie die Verluste entstanden sind und dann eine gute Selbsteinschätzung machen und dann als nächstes. Blicken wir mal auf das, was zum Beispiel am Montag im DAX passiert ist oder im fortfolgenden in den Handelstagen dann hier in dieser Woche. Blicken wir doch einfach mal rein. Was ist am Montag passiert? Donald Trump hat am Sonntag mal wieder getweetet. Hier steht es geschrieben, es soll darum gehen, die Strafzölle für China zu erhöhen. Über die Gründe, die Beweggründe, ob das jetzt richtig ist oder falsch, diskutieren wir hier an dieser Stelle nicht. Da kann jeder denken, was er möchte. Interessant für uns ist, was die Märkte draus machen. Das ist das, was wir mit Blick auf die Märkte gesehen haben und was ist passiert? Hier schalten wir mal eben kurz zurück. Wir sehen es hier am Montag. Jetzt müssen wir mal kurz hier auf den Montag gehen. Ich gehe mal kurz auf den Stundenchart. Hier war Schluss am Freitag. Hier hatten wir die Eröffnung am Montag. Ein deutliches abwärtsgerichtetes Gap mit anschließender massiver Dynamik nach unten. Das war's. Das war der Impact und der hat die Märkte halt auch massiv nach unten geprügelt und viele, viele Händler gerade im kurzfristigen Bereich deutlich verunsichert. Das ist passiert. Das war die Realität an den Märkten. Was passiert in unserem Kopf in solchen Sachen? Hier an dieser Stelle die Nachricht von Trump zu den Zöllen könnte den ein oder anderen dazu verlocken, einfach mal am Börsenhandel im DAX aktiv zu werden. Das heißt, die Nachricht war hier der Grund zum Trade. Die Kurse, die sind dann in dem Moment natürlich auch deutlich gefallen. Die Nachricht war schlecht für die Märkte. Das ist ein ganz, ganz gut sichtbarer Fakt an dieser Stelle gewesen. Und der ein oder andere Händler könnte dann auf die Idee kommen zu sagen, okay, jetzt müssen ja die Kurse einfach massiv deutlich weiter fallen. Haben sie ja auch gemacht. Die Frage ist halt nur, geht die Schnur einfach in die eine Richtung weiter oder gibt es immer mal wieder Gegenbewegung und kommt der Händler aufgrund einer nicht ganz so optimalen Handelsstrategie dann in eine Schieflage, wo diese ganze emotionale Schiene hier durchweg mit weiterläuft. Also die Kurse müssen weiter fallen. War sogar der Gedanke, den man dort in diesem Bereich auch haben kann. Wie schon gesagt, das tun sie auch, aber kurzfristig gibt es halt immer wieder Gegenbewegung. Das heißt, wer hier sich einfach gesagt hat, gut, der Knall ist da, das sieht alles so schlecht aus. Der Trump macht hier so eine Geschichte, das ist so extrem schlecht. Es muss einfach short weitergehen. Nun geht in den Markt, hat die Position eröffnet, einfach aufgrund der Nachricht, ohne auf den Markt zu hören und dann plötzlich fangen die Kurse an zu steigen. Wir haben es gesehen. Der Schub kam nach unten und dann plötzlich massiv nach oben. Wir haben einen absoluten Beide-Dipp-Markt am Montag gehabt. Es ging brutal nach unten, dann kam die Umkehr und der Markt ging sofort hoch. Wer da hier unten eingestiegen ist, der kommt natürlich im schlechtesten Falle in eine massive, ja sag ich mal schlechte Situation emotional und das ist ungünstig. Das heißt, nach dem Start geht es plötzlich in die andere Richtung. Fehlendes Wissen führt hier zu Verlusten und die Verluste, ist halt das der Punkt, die führen bei dem ein oder anderen Händler dann in eine emotionale Schieflage und diese Schieflagen, die führen halt manchmal zu ganz, ganz komischen Verhaltensweisen, zum Overtrading. Man versucht zu verbilligen, man arbeitet mit Stopp-Rücksetzern etc. Das sind halt alles Dinge, die führen in solchen Situationen selten zu einem wirklich guten Ergebnis, weil häufig wird dann auch mit sehr, sehr großen Positionen getradet. Das passt alles nicht zusammen. Da braucht es eine richtige, ordentliche Strategie. Das heißt hier, die Strategien sind wichtig, weil wir wissen, dass gerade im privaten Bereich, es ist ja bekannt, die meisten Trader verlieren langfristig Geld, gerade die Trader, die immer nur im ganz, ganz kurzfristigen Bereich auch agieren möchten. Das heißt, über 90 Prozent, das ist bekannt, verlieren tatsächlich Geld und wir wissen aber auch, dass es erfolgreiche Trader gibt. Ich erlebe das ja bei mir auch selbst. Ich weiß, wo ich mal angefangen habe und wo ich heute stehe und die Tatsache, dass ich im Trading Geld verdienen kann, ist halt dem langen, harten Weg geschuldet. Das heißt, man fängt ja nicht einfach an und sagt, ich trade jetzt und plötzlich verdiene ich Geld, sondern wie in jedem anderen Beruf auch, man macht Fehler und über seine Analyse der Fehler verbessern wir uns. Und hier ist es halt so, dass wir aus solchen Situationen, wie wir die beispielsweise auch am Montag erlebt haben, wenn es da nicht so gut geklappt hat, wir können daraus immens viel lernen. Der Weg ist hart, aber wenn wir den Markt studieren, aus unseren Fehlern lernen und ein vernünftiges Risikomanagement ausbauen, dann können wir gute Strategien entwickeln, die wir dann entsprechend in den Märkten mit herausgeben und damit dann traden. So wie ich das gestern beispielsweise auch in der Marktvorbereitung um die Rede von Herrn Paul gemacht habe, da habe ich einfach die Marktvorbereitung mal gezeigt und das Ganze ist ja dann auch aufgegangen. Das heißt, was hier geplant wurde, konnte dann gespielt werden, weil es der Markt gemacht hat. Das ist die Strategie und diese Strategie, die brauchen wir an dieser Stelle, um erfolgreich traden zu können. Und die meisten Trader, die Geld verlieren, haben halt Fehler in den Strategien oder in den Emotionen. Das heißt, die Frage, was in diesem Bereich der Schlüssel zum Erfolg ist, ist Nummer eins, dass wir herausfinden, was unterbewusste Handlungen bei uns verursacht. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, weil das müssen wir umgehen. Diese unterbewussten Handlungen entstehen oftmals durch Emotionen und wenn wir unsere Emotionen sozusagen ganz bewusst wahrnehmen und auch wissen und merken, wann wir emotional reagieren, dann können wir einen Plan erarbeiten, wie wir das ganze Thema hier im Trading auch mit umgehen können. Das heißt, wir haben mit einer guten Analyse die Chance, unsere Emotionen als Erfolgswerkzeug auch zu betrachten. Das heißt, wenn wir Fehlentscheidungen machen, dann führen diese nicht selten zu Verlusten. Thema Nummer zwei, der Wunsch zum Ausgleich, der wird dann irgendwann immer stärker. Das heißt, das ist jetzt mal so diese emotionale Schiene. Das geht in Richtung Overtrading. Das heißt, an dieser Stelle auch, unsere Emotionen übernehmen die Entscheidung. Das heißt, wir traden nicht mehr nach irgendeinem Plan, sondern nur noch auf Grundlage der Emotionen des Wunsches. Wir wollen unsere Verluste wieder ausgleichen. Wie am Montag. Der Markt ist gestiegen, aber Mensch, die Nachricht vom Tram, die war doch so schlecht. Der Markt muss ja fallen. Der Markt ist ja dann auch gefallen. Später. Nicht mehr Montag. Und das führt den Intradihändler dazu, dass er die Positionen weit ins Minus hat laufen lassen und emotional in massive Schieflage geraten sind. Und das Ganze hat nicht geklappt. Wer das aber rumdreht, der kann hier an dieser Stelle, wenn er die Kontrolle über seine Emotionen gewinnt, also Kontrolle heißt ja an dieser Stelle, dass man einen Weg findet, wie man bestimmte Situationen umgeht. Das heißt, wir kontrollieren, dass diese Emotionen gar nicht erst Oberhand gewinnen. Das ist das, was wir als Händler aus den Märkten und aus unserer Aktionsweise lernen können. Man muss es einfach nur tun. Das heißt, wie können wir es schaffen, mit unseren Emotionen gut umzugehen? Wir müssen uns genau beobachten, genau analysieren. Das heißt, da ist es auch hilfreich, wenn wir beispielsweise ein Trading-Tagebuch führen und solche Sachen auch aufschreiben. Also das heißt, jetzt nicht nur, ich bin hier long gegangen, ich habe dort meine Absicherung gehabt, dort war mein Ziel oder solche Geschichten. Nee, da muss auch rein, wie habe ich mich vor dem Trade gefühlt, dabei und danach, damit wir raus lernen können. Das habe ich bei mir auch gehabt. Ja, ich habe immer wieder gleiche Fehler gemacht, auch auf emotionaler Geschichte, wo plötzlich die Emotionen die Kontrolle übernommen haben. Und das ist mir halt in meinem Trading-Tagebuch aufgefallen. Da habe ich halt überlegt, was bringt mich denn dazu, nervös zu werden? Hier, wie der Urmensch mit der Keule im Wald vor dem Karnickelbau zu sitzen und alles, was zuckt, eins über den Deckel zu braten. So war ich im Trading immer die Hand an der Maus und jeder kleinste Gewinn wurde sofort mitgenommen. Es war nicht gut. Und das habe ich gelernt, indem ich das beobachtet habe. Und dann habe ich sozusagen verstanden, wie ich in die Verluste geraten bin. Und das Ganze, dieses Verständnis hat mir dann geholfen, einen Plan zu erarbeiten, wie ich diese Dinge, beispielsweise Angst oder auch Gier, wie ich das umgehen kann. Und das führt dann den Händler dazu, dass er lernen kann, nachhaltig cool zu bleiben und die Positionen im Portfolio immer nach Plan aufzubauen und zu steuern. Das heißt an dieser Stelle, Beobachtungen sind der Schlüssel zur Selbstkontrolle. Und aus diesen Beobachtungen heraus können wir lernen, unsere Emotionen zu verstehen. Und wenn wir das dann analysieren, dann haben wir hier die erste Grundlage für eine Strategieerstellung im Thema Psychologie. Psychologie braucht auch Strategien. Und das ebnet dann den Weg zur Duplikation von Gewinnen. Warum? Weil wir, wenn wir wissen, wie wir die Strategien im emotionalen Bereich anwenden müssen, in die Situation geraten, dass wir auch emotional überhaupt erst mal dazu in der Lage sind, unsere Strategien am Markt durchzuhalten. Weil der Markt läuft ja nicht immer nur gleich in unsere Richtung. Es kommt ja immer wieder zu Rücksetzern. Oder erst mal nach dem Einstieg in die Gegenrichtung zu laufen. Da muss man als Händler ruhig bleiben. Wer das kennt, wer immer wieder unruhig wird, nur weil eine Position am Anfang mal gegen ihn läuft oder wenn der Gewinn schön gelaufen ist und dann geht der Markt mal in die Korrektur. Der wird es nie schaffen, so einen Trend mal langfristig zu traden. Warum nicht? Das liegt dann nicht am Einstieg, sondern das liegt daran, dass sie nicht dazu in der Lage sind, die Handelstrategie durchzuziehen, weil die Emotionen jedes Mal einen Strich durch die Rechnung machen. Und dafür können wir hier solche Strategien auch erarbeiten. Wer das macht, hat Verständnis über die Entstehung der emotional bedingten Verluste. Und das bringt uns dann in die Situation, dass wir einen Plan erarbeiten können, wie wir die, sag ich mal, Auswirkungen von Angst und Gier im Portfolio umgehen können. Das ist wichtig. Das brauchen wir sozusagen. Und so eine Emotionsspirale, um das Ganze mal verständlicher zu machen, auf was Sie da auch achten sollten, die sieht in der Regel so aus. Eine typische Emotionsspirale. Nummer eins, man akzeptiert die Situation nicht. Nochmal zurück auf Trump. Der Markt ist nach der Trump-Nachricht direkt gefallen. Sie als Händler sagen, der Markt muss weiterfallen. Der Markt steigt aber. Der zeigt Ihnen eindeutig am Montag, viel Short war da nicht. Der Tag hat wieder komplett aufgekauft. Wenn Sie also zu spät in die Short-Richtung rein sind, ungünstig. Wer hier aber sagt, der Markt muss fallen, was macht er? Er akzeptiert die Situation definitiv nicht. Er stellt sich gegen den Markt. Man regt sich über den Sachverhalt auf und dann kommt es irgendwann zum Prinzip Hoffnung. Ah, der wird schon wieder drehen. Die Nachricht war so schlecht. Das muss hier nach unten gehen. Heute Abend gehe ich mit dem Gewinn nach Hause. Dann gibt es die Resignation. Entweder man schließt die Position einfach. Man hört auf mit dem Trading, wie auch immer. Aber da sind wir dann. Und dann kommt irgendwann halt wirklich die Akzeptanz vom Verlust. Das ist mal eine Art und Weise, wie das Ganze immer wieder abläuft. Und da, wenn wir das wissen, können wir in die Situation kommen, wie wir sozusagen unserer Verluste verstehen können, wie diese Verluste auf emotionaler Basis entstanden sind. Das heißt, wir wissen, dass die Gründe vielseitig sind. Wir können hier eine fehlende Markt- und Produktkenntnis haben. Oder eine mangelnde Marktvorbereitung. Bloß short gehen, weil eine Nachricht schlecht ist, ist immer ungünstig. Der Markt kann auch bei schlechten Nachrichten in die andere Richtung laufen, also plötzlich steigen. Oder aber eigene Handelstrategie fehlen. Man hat kein Risiko und Money Management. Oder die Chartanalyse ist nicht richtig gemacht worden. Man kommt mit den Trends nicht so richtig zurück. Oder man übersieht einen Widerstands- oder Unterstützungsniveau. Solche Dinge können dann halt wirklich dazu führen, dass wir hier an dieser Stelle ungenaue oder fehlerhafte Chartanalyse betrachten. Man handelt beispielsweise auch in der falschen Zeiteinheit. Oder anderer Punkt, komplett mal weg vom Trading. Man hat keinen Rückhalt im Umfeld. Wenn die Familie dagegen ist, was man tut, dann gibt es immer wieder negative Berührungspunkte. Gerade, wenn es mal nicht so gut läuft. Also das sind Gründe für Verluste. Die sind mannigfaltig. Da kommt es ja darauf an, das zu finden, was uns dazu bringt, Verluste zu machen. Und das bringt uns dann hier zum nächsten Punkt. Nämlich dem Umgang mit Verlusten richtig angehen. Weil Verluste gehören zum Trading ganz genau dazu, wie auch die Gewinne dazu. Jeder, der einen Trade eingeht, hat am Anfang ein Risiko. Und wenn der Markt gegen uns läuft, dann spricht man hier über das Risiko und am Ende ist es der Verlust. Und wer mit Verlusten richtig umgeht, hat also die Situation, es gibt keine Ausreden. Oftmals hört man, der Analyst hat Mist erzählt oder der Markt war gegen mich. Das ist alles Quatsch. Ein Markt ist nicht gegen uns. Was ein Analyst erzählt, auch das, was ich hier morgens immer als Handelsideen jeden Morgen auch bringe, wo ich meinen Blick in die Märkte sozusagen als Marktvorbereitung einfach mal trade. Nur weil ich hier an dieser Stelle Montag, Dienstag, Mittwoch, Morgen was gesagt habe, wo wir einfach sagen können, okay, strategisch kann jetzt das oder das passieren. Heißt das noch lange nicht, dass der Markt das macht? So. Und deswegen warte ich immer, bis der Markt mein Setup spielt. Und wenn ich aber schon vorher reingehe und komplett gegen mein Regelwerk verstoße, dann gibt es keine Ausreden. Dann war nicht der Markt schuld. Dann war nicht irgendein Analyst schuld, sondern ich, weil ich auf den Knopf gedrückt habe in einer Situation, wo ich Mike Seidel gegen meine eigenen Strategien verstoßen habe. Punkt. Und dann weiß ich, was mein Fehler war. Und dann bin ich auch so intelligent, dass ich sage, ich möchte diesen Fehler nicht nochmal machen. Und das ist auch, glaube ich, jeder, der hier zuschaut, intelligent genug, um zu sehen, wir machen jetzt den Fehler nicht hundert oder tausendmal, sondern irgendwann sollte man aus seinen Fehlern auch schon lernen. Und ich gehe auch mal davon aus, dass wir hier Zuschauer haben, wo die Lernkurven nicht negativ sind, sondern positiv. Und da können wir hier ordentlich was machen. Das heißt, erst mal keine Ausreden suchen. Zweitens Strategien erarbeiten, wie wir genau solche Situationen in Zukunft umgehen können. Heißt also hier, aus dem Verständnis, wie es dazu gekommen ist, erfolgt dann mehr oder weniger die Kontrolle des Ganzen. Und das macht dann den Umgang beispielsweise auch mit den Emotionen erfolgreich. Das heißt, der Weg zur Kontrolle führt auch hier über diverse Stufen, wie zum Beispiel Übernahme der Eigenverantwortung. Jeder Trader oder jede Traderin ist selbst verantwortlich dafür, wann sie auf den Knopf drückt. Es zwingt sie ja keiner. Trading als Beruf verstehen ist auch etwas sehr Wichtiges. Das wird nicht nebenbei mal Larifari aus dem Ärmel gestillt. Das funktioniert nicht. Das ist ein ganz normaler Beruf. Und den Job, den sie hauptberuflich ausführen, den machen sie ja auch als ordentlicher Beruf. Sie haben ihre Strategien. Sie wissen, wie sie am Ende zum Ergebnis für ihren Beruf kommen. Und so ist das Ganze im Trading auch. Und dann, wenn man das Ganze als Beruf versteht, baut man eine professionelle Struktur auf. Und diese Struktur beinhaltet Techniken, Handelsstrategien und zum Beispiel auch das Risiko Money Management. Das sind also Dinge, die gehören damit rein. Und damit können sie dann an den Märkten strategisch traden und in der Lage sein, diese Strategien auch durchzuziehen. Und bei dem Punkt auch der Emotionen ist ein Sachverhalt noch immens wichtig, nämlich das Thema der Selbsteinschätzung im Handel. Wichtig hier, machen sie sich ein richtiges Bild vom eigenen Handel und erkennen sie, was nicht funktioniert. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn sie beispielsweise am Arbeiten unter Zeitdruck sind oder sich unwohl fühlen oder den Zwang zum Traden haben oder eine Unruhe im Trading haben. Das müssen sie erkennen, weil das sind beispielsweise auch Faktoren, die bringen die Händler immer wieder dazu, Fehler zu machen, die im Endergebnis Geld kosten. Und wer das erkennt, dass plötzlich Zeitdruck da ist, ich beispielsweise weiß, unter Zeitdruck sollte ich nicht handeln oder wenn ich mich nicht unwohl fühle. Das ist einfach eine Situation für mich, da weiß ich, lass die Finger weg vom Markt, komm runter, regel alles und wenn du wieder die Ruhe hast, zu dir selbst zu finden, dann kannst du wieder traden. Das sind die Punkte, die ich bei mir kenne und wenn ich das merke, trade ich einfach nicht. Morgen macht die Börse auch noch auf, also morgen nicht, aber am nächsten Handelstag. Ich muss also nicht zwangsweise immer traden. Das sind wichtige Faktoren. Und daraus, aus diesen Dingen können wir dann eine Blaupause erstellen, die wir mit Plan traden können und damit nachhaltig Erfolge machen. Getreu dem Motto, plane den Trade und trade den Plan. Wer in den Urlaub fährt, der steigt ja auch nicht einfach ins Auto und fährt los in der Hoffnung, dass er irgendwo am Zielort ankommt, sondern wir machen uns ja vorher schon Gedanken, wo wir langfahren sollten. In welcher Art und Weise auch immer, aber wir fahren selten ins Blau hinein. Gut, also das dazu. Noch kurz ein paar Worte zum Thema Trading Plan. Der Trading Plan braucht hier im Gesamten beispielsweise richtige technische Voraussetzung, den passenden Anlagezeitraum, einen optimalen Broker. Beispielsweise hier, wenn wir FX Trading machen, wir brauchen einfach einen Broker mit sehr, sehr guten Konditionen, wie wir die bei TIGME finden. Wir brauchen einen Broker, der uns ordentliche Liquidität stellt, gerade auch in Phasen, wo es ordentlich kräftig zugeht an den Märkten, der sicher ist. Also das sind alles wichtige Dinge. Das Fachwissen über die Märkte brauchen wir definitiv. Wir brauchen ein Risiko und Money Management funktionierende Handelsstrategien und da auch nicht irgendwo irgendwas kopieren und sagen, bei dem funktioniert es, also muss das bei mir auch funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Jeder tradet alles ein bisschen anders. Wir Trader machen zwar alle das Gleiche irgendwo, aber jeder doch immer ein bisschen anders. Nuancen an Unterschieden gibt es immer wieder. Wir brauchen eine gute Marktvorbereitung, die Trade Vorbereitung, Ausführung und Nachvorbereitung. Das ist alles, was wir hier brauchen zum Traden. Und damit blicken wir jetzt mal praktisch in den Markt hinein. Das heißt, wir schauen mal kurz hier in den DAX vom Montag. Ich habe es ja schon gesagt, hier drüben, schaut mal, das war das Gap, wo wir aus dem Wochenende nach dem Trump-Tweet in die Märkte reingelaufen sind. Und dann ist der Markt hier natürlich deutlich nach unten gelaufen. Und all das, was wir hier gesehen haben, das war Nachtzeit. Also der Tag, unser Handelstag, der hat angefangen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier ist, glaube ich, immer eine Stunde voran. Ich muss mal kurz gucken, was für eine Zeit da steht. 10 Uhr steht jetzt da. Wir haben es jetzt 9.35 Uhr. Also wir sind eine Stunde vorne weg. Das heißt, wir müssen uns hier mal die 10 Uhr Kerze suchen. 10 Uhr hier. Das war die Kerze. Diese Kerze, die markiere ich gleich mal. Diese Kerze, das war die Kerze hier, wo die Markteröffnung war. Das heißt, all das, was wir hier gesehen haben, war am Montag in der Nacht oder ist am Montag in der Nacht passiert. Als wir hier morgens angefangen haben, stand der Markt direkt hier unten. Und da ist es so, ich kann mich da auch noch gut an meine Zeit erinnern und auch noch gut an den Gespräch am Montag mit einem anderen Händler, den ich in Ausbildung auch mit begleite. Der sagte, du, die Nachricht ist so tief, so schlecht. Der Markt, der muss einfach fallen. Und ich sage, was willst du machen? Der sagt, ich gehe einfach short und ich zu ihm, warte mal ab. Wir sind so weit runtergelaufen, wenn wir uns das Ganze in diesem Bild mal anschauen, hier in der Verortung her, dieser Aufwärtstrend, dieser kleine untergeordnete Aufwärtstrend in der Stunde, der ist gebrochen worden, komplett und wir sind massivst nach unten gelaufen. Und in solchen Phasen ist die Wahrscheinlichkeit eher gegeben, dass wir erst einmal nach so einem massiven Knall nach unten, ja, sozusagen wieder eine Gegenbewegung bekommen. Das ist Erfahrung, das braucht Strategien. Das heißt, hier an dieser Stelle muss man einfach cool bleiben. Das heißt, hier wieder der Reinsum. Wer das Montagmorgen gesehen hat, dass der DAX hier unten einfach mit einem Gap nach unten aufgeschlagen ist und die Nachricht gesehen hat, der konnte wirklich schnell auf die Idee kommen, Nachricht schlecht, ich gehe short. Das wird mega, 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 mega roter Tag. Und dann ging es hoch und das ist jetzt der Punkt. Wer sowas sieht, muss strategisch arbeiten. Strategisch arbeiten heißt in diesem Moment den eigenen Zeithorizont verstehen. Das heißt, ein Händler, der beispielsweise an diesem Tag, an diesem Montag traden möchte, nur an diesem Montag, der ist schlecht beraten, hier einfach short zu gehen. Ein Händler, der ein Swing Trade machen möchte. Der ist hier auch schlecht beraten. Warum? Wir haben den Aufwärtstrend zwar erst mal gebrochen, aber es gibt ja noch keine Garantie dafür, dass es tiefer geht. Ja, da brauchen wir das entsprechende Korrekturmuster. So, jetzt gehen wir mal zuerst diesen an. Schaut euch das mal an. Wir haben hier am Montag diesen steilen Aufwärtskanal bekommen und wir wissen ja, wie das Ganze oft verhält. Nach so einer starken Abwärtsbewegung gibt es irgendwann erst mal Korrektur. Es ist auch sehr steil gelaufen, bis nah ans Tageshoch dran. Und hier hatten wir halt diesen bärischen Aufwärtsschub mit eher bärischem Charakter innerhalb dieser Verortung. Und was kam dann? Dann kam am nächsten Morgen der Ausbruch nach unten. Dann kam die Bewegung nach oben und das ist jetzt das perfekte Setup für den Swing Trader. Der Swing Trader wartet auf genau das. Wenn er das hier sieht, weiß er, wenn der Markt hier drunter läuft, haben wir einen Abwärtstrend, der wieder in Richtung dieses Abwärtsschubes läuft. Erste schöne Chance, die Umkehr. Und dann sehen wir ja, was draus geworden ist. Der Markt läuft mittlerweile schön trendig auch nach unten. Das Ganze kann man gut zum Traden nutzen. Das also die Handelsidee, der Plan, der Struktur, um cool zu bleiben für einen Swing Trader. Das ist die Idee für den Swing Trader. So, jetzt gucken wir uns den ganzen Spaß aber mal noch aus Sicht des Traders an, der sich gesagt hat, ich möchte gerne am Montag schauen, was der Markt macht und die Marktreaktion traden. Wie schon gesagt, hier extrem weite Verortung. Wenn der Markt Montag hier oben aufgemacht hätte, wäre das was anderes gewesen. Dann hätte man schön Dynamik nach unten traden können. Hammer aber nicht. Wir standen hier unten an dieser Stelle. Heißt also hier in diesem Bereich, wo es angekreuzt haben. Der Schub war massiv. So, und da heißt es halt abzuwarten, was der Markt macht an dieser Stelle. Wenn wir uns dieses Feld mal rausnehmen. Ich zoome das mal kurz rein hier an dieser Stelle. Das war die Eröffnungssituation. Und hier müssen wir als Händler einfach sehen, läuft der Markt hoch, treten wir die Richtung nach oben, läuft er runter, schweigen wir es runter. Was haben wir hier unten gesehen? Wir haben hier unten gesehen, der Markt wollte nicht tiefer. Das konnte man gut beobachten, zum Beispiel hier auch in den 15 Minuten. Jetzt muss ich die Technik mal kurz etwas umstellen hier. Einen kurzen Augenblick bitte. Jetzt müssen wir mal hier rüber gehen. Hier, das war der Montag gewesen. Was konnte man am Montag machen? Wir haben hier sehr, sehr schön den Markt gesehen und wir konnten in relativer Ruhe entsprechend hier auch auf das Setup warten. Das heißt, hier unten kam die Bodenbildung. Im 15 Minuten Chart haben wir hier unten den Schub nach oben gehabt und dann hier entsprechend dieses Muster, dieses korrektive Muster hier. Diese, ja, hier oben war das Top drauf. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht haben. Ich wollte das Zeichenwerkzeug haben. Also hier an dieser Stelle, jetzt muss ich nochmal gucken, hier. Hier war ein Top. Hier war das Korrekturmuster sozusagen. Und hier sind wir dann in die Korrektur gegangen und das Ganze nach oben getradet. Dann hier schön den Schub nach oben gelaufen. Das heißt, mit den US-Märkten sind wir dann quasi direkt nach oben mitgelaufen. Das war ein schönes Setup, was man intradetechnisch gut nutzen könnte, um den Markt schön nach oben mit zu traden. Wichtig ist halt, dass man halt auch seine Zielmitnahmen auch mit reinlegt, den Trade zu betreuen. Das Ganze mal mit Blick in die 5 Minuten. Auch hier gut zu sehen. kurzen Augenblick. Da scroll ich mal rüber. Das gleiche Bild, was wir in den 5 Minuten hatten. Halt, wir sehen hier nicht genug. Kurzen Augenblick. Wo ist jetzt der Montag hin? Kleinen Augenblick. Da ist er hin. Hier. Hier haben wir ihn. Das ist der Montag. Und hier unten haben wir schon die erste Initiale gesehen. Hier hat sich der Aufwärtstrand gebildet hier unten. Ich zoome das mal kurz etwas weiter rein. So. Hoffentlich finde ich es jetzt wieder. So. Also, ich versuche es noch mal rein zu zoomen. So. Hier unten. Da sieht man. Hier unten entsteht der Trend. Das ist aber alles noch korrektive Phase. Erstmal im großen Bild. Aber, wer das kurzfristig traden möchte, der muss einfach in der Lage sein, zu erkennen, wann es losgeht. So. Hier unten ist der Trend entstanden. Also hier an dieser Stelle gab es erstmal einen Gegentrend. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut und in Ruhe hat, dann sieht man auch, dass man keine Eile haben muss, sozusagen. Das heißt, das erste Setup im kleinen Bereich. Hier gab es das erste höhere Tief. Und hier sind wir dann in den Aufwärtstrend reingelaufen. Das heißt, im kurzfristigen, im kleinen Bereich hatten wir hier unten die erste Möglichkeit, den Markt nach oben zu traden. Auch mit einer engen Absicherung. Hier unten war das Absicherungslevel. Wer das Ganze hier an dieser Stelle verpasst hat, wie schon gesagt, hier nochmal die zweite Möglichkeit mit Markteröffnung dann in den USA. Da haben wir es gesehen. Hier gab es dann auch, gut zu sehen, in diesem Bild die Korrektur. Und dann halt als nächstes das Setup zu basteln. Hier lief der Markt dann drüber. Nächster Absicherungspunkt wäre dann hier gewesen. Also, so kann man die Märkte dann sozusagen vom Kleinen heraus betrachten. Das heißt, erstmal abwarten, ob es wirklich noch tiefer fällt. Und wenn nicht, dann sehen wir solche Bodenbildungen hier an dieser Stelle. Und dann können wir den Markt dann traden, wenn wir unser richtiges Setup haben. Das heißt, im Kleinen, das erste Setup hier im 5-Minuten-Trend, haben wir hier getriggert bekommen. Zeit hier mal um die Mittagszeit. Und dann ging es hier in den Markt nach oben rein und das Ganze am Nachmittag damit zu traden. Also, so können wir die Märkte entsprechend auch angehen. Ein ähnliches Setup gab es beispielsweise auch gestern Nachmittag. Da gehen wir mal hier in den anderen Markt rein, in den US-Markt. Beispielsweise hier im DAO. Wir hatten das gestern auch besprochen. Hier nochmal kurz in die Stunde reingezoomt. Wer das Setup sehen möchte, schaut bitte mal direkt hier bei uns auf Facebook bei Tick mir rein. Das Video ist dort auch ersichtlich. Und wir hatten hier gestern wirklich die Situation, haben wir jetzt hier schon den Stunden-Chart. Nein, hier haben wir noch den Tagesschart. Das heißt, wenn wir hier mal in die Stunde auch reingehen, wir haben, jetzt hoffe ich, dass ich das von gestern wieder finde, kurzen Augenblick. Ich zoome es mal kurz nach innen rein. So, hier haben wir es. Also, der gestrige Tag. Wo habe ich mein Setup von gestern? Ich würde das gerne hier direkt nochmal live zeigen. Ich finde es jetzt aber leider nicht. Dann machen wir das einfach live hier an dieser Stelle nochmal rein. Der gestrige Handelstag war massiv nach unten geschoben. Und wir hatten ja gestern um 14.30 Uhr die Rede von Paul. Und wir hatten im Vorfeld gesagt, wir haben hier übergeordnet laufend einen abwärts trendierenden Markt. Und wir sind halt innerhalb dieses abwärts trendierenden Marktes in die Korrektur weit reingelaufen. Hier das Ganze gesehen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hier, das war der 9. Hier, wir sind tief in die Korrektur reingelaufen. Und hier, das war die Zeit, jetzt muss ich nur mal kurz schauen, wo der Paul gesprochen hat. Hier unten, hier in diesem Bereich. Das war die Vorbereitung für den Markt rein. Hier kam der Markt unten rein. 14 Uhr, hier in diesem Bereich. Genau, hier hat der Paul gesprochen. Hier haben wir schon die Dynamik nach unten gehabt. Und hier war es interessant. Wir sind um die Rede vom Herrn Paul hier unten im Bereich des Tagestiefs gewesen. Dann gab es etwas korrektive Phase. Und das konnte man dazu dann nutzen, dass wir entsprechend hier diesen Trend weiter im Fortgang hatten. Und wir konnten dann hier das Setup, wer sich die Stunde beispielsweise anschaut, hier im Stundenfortgang anschaut. Wer das Ganze hier in dem kleineren Bereich gemacht hat, wie ich das gestern auch besprochen habe, der war halt auch in der Situation hier in den kleinsten Bereichen, wenn man sich diesen untergeordneten Trend mal anschaut. Also diesen Verlauf, den wir hier hatten, aus der korrektiven Phase, das Ganze hier nach unten rein zu traden. Ich hoffe, wenn ich jetzt die 15 Minuten Anzeige sehe, ich das auch gleich genau. Hier haben wir es gehabt. Das war wirklich sehr, sehr schön entsprechend auch zu sehen, in diesem Bereich rein, dass der Markt hier nach unten gelaufen ist. Das heißt, hier an dieser Stelle hatten wir hier die korrektive Phase. Hier war der kleine Mini-Mini-Aufwärtstrend für die kurzfristigen Trader interessant. Der ist hier gebrochen worden. Dann schob es den Markt einfach direkt wieder runter. Und dann sind auch die kleinen Zeiteinheiten in Richtung der Größeren gelaufen. Und das kann man dann sehr, sehr schön planen mit der entsprechenden Strategie. Das muss dann jeder auch mit umsetzen. Das also hier zum Träumer Psychologie in diesen jetzigen aktuellen Marktphasen. Also cool bleiben, die richtigen Handelstrategie anwenden mit dem ordentlichen Risiko und Money Management. Das führt dann am Ende zum Erfolg. An dieser Stelle danke für die Zeit. Vielleicht, möglicherweise sehe ich ja den einen oder anderen dann morgen auch am Börsentag in Chemnitz. Da gibt es ja einen Vortrag mit mir. Das Ganze live auf der Messe um 11.45 Uhr. Also allen eine gute Zeit. Vielleicht bis morgen. Aber ansonsten dann auf alle Fälle in unseren Morgenwebinaren hier bei Tickmill. Jeden Tag auf Facebook, Tickmill Deutsch. Einfach der Seite ein Like geben. Dann Tschüss und ein schönes Wochenende.